Hallo und willkommen zurück zu Hell as Others. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ähm, ja, wir befinden uns, ähm, wir befinden uns in unserem Apartment, Apartment. Ähm, ich weiß gar nichts mehr. Ich bin raus, völlig, muss ich sagen. Ich habe... Habe ich... Ich weiß gar nichts mehr. Schaden, Ertrag, wir haben Kugeln. Haben wir Kugeln schon? Nein. Ähm, stimmt, wir haben angebaut, ne? Ich muss jetzt erstmal selber wieder ein bisschen reinkommen. Entschuldigung, oh, ich muss Geld einzahlen auf der Bank, genau. Ähm, im Riss sprechen. Ein heiteres Lied, er klingt aus dem Riss. Ähm, ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich habe schon länger jetzt nicht mehr geschrieben. Und deswegen muss ich jetzt erstmal ein bisschen gucken, wie es nochmal geht und was für ein... Wir haben einen neuen Tag, ne? Äh, Journal. Wir haben... Tage. Ich habe jetzt schon satt. Termin. Sechs Tage, stimmt. Den gar nicht vollen Termin. Sechsten Tag sind wir schon. Äh, was müssen wir denn hier machen? Baseball-Schläger. Ach ja, Johnny wartet. Ja, stimmt. Johnny war ja, glaube ich, der Typ, der im Supermarkt war, der braucht einen Baseball-Schläger, ne? Da war ja was. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt, jetzt, wo ich so zwischendurch wieder ein bisschen was anderes gespielt hatte. Äh, wie zum Beispiel Trader Live Simulator 2. Muss ich jetzt erstmal wieder reinkommen. Wir müssen Blut sammeln. Ich muss erstmal gucken jetzt. Also, wir müssen Blut sammeln. Wir brauchen... Das ist voll. Das ist gut. Also, wir brauchen Blut für unsere Pflanze. Zum Auffüllen. Da passiert nix, ne? Ne, okay. Äh, und wir brauchen... Ja, cool. Reichen doch 100, oder? Können wir erstmal so losgehen. Kann ich auch zur Bank fitschen. Äh, wir brauchen Blut und wir brauchen Baseball-Schläger. Das ist jetzt erstmal Phase. Was ist das denn? Topf. Aufnehmen. Da ist ein Blumentopf vor der Tür. War das letzte Mal schon? Guten Abend. Hast du schon etwas vom Handwerker gehört? Nein. Kannst du ihn zurückrufen? Wir haben ausgemacht, ihn morgen anzurufen. Aber morgen ist heute. Nur eins ist gewiss. Heute ist nicht heute. Morgen ist morgen. Kannst du es also heute machen? Er hat heute einen Notfall. Ich gehe nicht, bevor du ihn angerufen hast. Alfred murmelt. Hallo? Spreche ich mit dem Handwerker? Tut mir leid, dass ich störe. Ich rufe dich an wie eines Mieters mit dem Riss an. Nein, er will nicht warten. Was soll ich ihm sagen? Zwing mich nicht zum Reden. Wem sagst du das? Okay, ich sag's ihm. Und, was hat er gesagt? Er war verärgert. Jedenfalls ruft er zurück, sobald er Zeit hat. Gut, danke. Und entschuldige, dass ich darauf bestanden habe. Keine Ursache. Toll. Mission zugefügt. Ich löse das Problem mit dem Schlund. Versuche es morgen erneut. Ach, hier ist auch ein Topf. Hä, wo kommen die Kugeln her? Kann ich die einfach wegnehmen? Das ist bestimmt nicht gut, oder? Wenn ich jetzt einfach Kugeln hier klaue. Lalalala, lalalala, lalalala. Gut, also. Wir brauchen Blut. Was ist mit ihm hier? Ah ja, warte mal. Handeln. Was will er denn heute? Essen, Bauteile und Kugeln. Moment, sollen wir ihm die Kugeln verkaufen, die hier drin sind? Ich probiere das mal. Kann ich die einfach nehmen? Da ist nix drin. Okay. Guten Abend, Octave. Octave. Oh, entschuldige. Ich war in Gedanken versunken. Habe über meinen alten Partner nachgedacht. Ich habe dir... Habe ich dir von ihm erzählt? Er war außergewöhnlich. Wirklich was Besonderes. Was hat er gemacht? Piles. Ich könnte dir von dieser Zeit erzählen. Kill, was? Spänzische, übernatürliche Killen. Fähigkeiten zur Demonstration. Akt 1. Wenn, das kann ich auch. Wenn, das kann ich auch. Ah, ich glaube, du unterschätzt die Augenfarbe. Wenn du es schaffst, bekommst du von mir eine Belohnung. Uh. Warte es nur ab. Cool. Geil. Jetzt haben wir eine Nebenquest noch. Ähm. Ich würde ihn einmal die hier verkaufen. Ganz ehrlich. Warte mal. Wann kauft er den Gold nochmal an? War das Montag? Dienstag. Dienstag kauft er Gold an. Okay. Alles klar. So. Ich würde sagen. Ab mit dem Fahrstuhl. Penthouse geht noch nicht. Äh. So. Century City. Also. Wir müssen. Ähm. Blut haben. Und Baseballschläger. Und wir müssen diese Dings killen, ne? Wahrheitsphase. Hier. Genau. Die gespenstischen, die gespenstischen, übernatürlichen. So. Heißt das. Äh. Der Termin mit dem Bonsai. Genau. Baseballschläger. Ein Baseballschläger brauchen wir nur. Das ist gut zu wissen. Johnny. Johnny müssen wir jetzt treffen. Die anderen haben wir schon kennengelernt. Bill. Cora. Cora. Die Töpferin, ne? Genau. Erstes Treffen war Freitag. Lol. Ich stelle sogar, wann das erste Treffen war. Ist ja witzig. Stellan hatten wir am zweiten Tag kennengelernt. Otis hatten wir am vierten Tag. Und Bill am dritten Tag. Ich glaube, hier den, den, den Dings hier. Ihn hier. Unseren Freund hier. Den Octave hatten wir, glaube ich, am ersten Tag kennengelernt, ne? So. Spielersuche läuft. Ich weiß nicht, ob wir auch Spieler treffen werden. Keine Ahnung. I don't know. Werden wir sehen. Lauschen. Ein monströses, äh, Geräusch. So. Ich muss auch erstmal reinkommen mit dem Schießen und so. Ich habe jetzt so lange Pause gehabt. Tatsächlich. Ähm. Ich weiß auch noch nicht, wann diese Folge jetzt erscheinen wird. Weil, äh. Zwischendurch auf YouTuber auch noch was anderes lief und alles. Und, äh. Oder immer noch läuft wahrscheinlich. Keine Ahnung. Muss mal gucken. Äh. Und ich wollte das Spiel aber nicht einfach fallen lassen. Weil mir das so viel Spaß gemacht hat. Und deswegen dachte ich mir, komm. Nimmst jetzt mal wieder ein bisschen was auf. Äh. Wie viele Folgen ich jetzt erstmal wieder aufnehme. Weiß ich noch nicht mal gucken. Ähm. Schauen wir mal. Aber mir gefällt das richtig gut. Ich muss sagen, es hat mich echt überrascht, wie gut dieses Spiel ist. So. Match gefunden. Juhu. Ähm. Wie viel Spaß das auch macht. Wie umfangreich das ist. Trotz dieses, äh. Dieses. Ja. Pixel-Looks. Ne? So. Hinunter nach Sentry City. So. Los geht's. Oh Gott. Wie war denn mal? Rennen, ducken. Oh Gott. Wie war denn mal? Hilfe. So. Da sind wir. Äh. Okay. So war daschen, ne? Okay. Ich muss jetzt mal ein bisschen üben. Kakerlake. Gebt Blut. Sollten vielleicht auch ein bisschen gucken, dass wir, äh, diese, diese Viecher irgendwie erledigen, ne? Es sah aber jetzt nicht so aus, als wäre ein Spieler hier, ne? Ich glaube, es stand nichts. Was ist hier? Kann ich hier was loonen? Nein. Okay. Wir haben einen Baseballschläger. Wo findet man denn einen Baseballschläger, sag mal? Oh, ich höre einen. Wo ist er? Ah. Akt 1. Ah, okay. Das sind die. Die Kleinen müssen wir also. Okay, dann kriegen wir aber auf jeden Fall auch Herzen. Das ist ja gut, weil wir ja sowieso Blut haben wollen. Wir haben ein bisschen Leben verloren. Ist mal nicht schlimm. Oh Gott. Ah, nein, lauf doch. Ah, pff. Hab ich ihn? Oh, Alter. Ich muss erst mal nachladen. Puh. Ich muss reinkommen. Hab ich, glaube ich, schon gesagt, ne? Ist ein bisschen her. Also, die Kleinen brauchen wir noch vier Stück. Ich weiß gar nicht mehr, wie... Ich weiß gar nicht mehr, wie lange... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Oh Gott. Alter. Nein. Oh Gott. Alter. Wir sind gleich tot. Hilfe. Pff. Oh Gott, wir sind fast tot, ne? Wir müssen was zu essen finden. Haben die die, haben die die Dings erhöht? Oh, da liegen Kugeln. Da kommen wir aber hin. Ich muss weg, ich muss definitiv weg. Ich brauch was zu essen. Alter, haben die hier die Monster-Rate erhöht? Vitalität und Sättigung, verwenden. Verwenden. Nehme ich. Ich muss ne Küche finden. Oh nein. Oh Gott. Bitte nicht. Da oben ist ne Küche. Da rein irgendwie. Ich ne Regal. Bitte, 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 bitte. Oh ja, Essen. Verwenden. Jawohl. Serviertisch. Gucken, was da drauf ist. Na, ne Schere. Ganz toll. Was haben wir hier? Da ist ja nicht so toll gelaufen. Oh, ein Burrito. Ja, möchte ich haben. Oder möchte ich essen? Dann geht's doch gleich schon. Oh Gott. Was ist das denn für einer? Hilfe. Ich sollte auch mein Geld... Ich sollte übrigens mein Geld wegbringen. Huah. Ciao. Das geht ja gut zur Sache. Hallo. Guten Tag. Ich würde gerne einen zahlen. Und dann... Sir. Die Century Bank ist der sicherste Ort in der Stadt. Zumindest was Geld angeht. Ja, auf Bankkonto zugreifen. So, deponieren. Alles. Das ist... Äh... So. Vielen Dank, Sir. Ihre Transaktion wurde erfolgreich durchgeführt. So, 81.000 haben wir auch Cash auf der Kalle. Wir müssen jetzt mal gucken, wo wir noch... Wo wir jetzt die Dings herkriegen, ne? Den Baseballschläger. Oh nein. Oh nein. Ernsthaft? Kommt der hier rein? Gott, was ist denn hier los? Warum sind die so aggressiv? Und warum sind das so viele auf einmal? Fast abgenippelt. Verdorbener Pfannkuchen. Ja, bestimmt nicht gut. Der erste Faschus ist da. Ja, schauen wir mal, wo wir den... Base, Basey herkriegen. Oh, Geld nehme ich mit. Ich bin auch unschlüssig, wo man Baseballschläger finden könnte. Puh. Da liegen Waffen auf dem Tisch. Kühlschrank. Vielleicht was zu essen drin. Würde ich essen. Oh, mittlere... Mittlere Blutfiole. Nehmen wir mit. Genau, 30... Oh nein, Chips. Oh nein, die sind hier, ne? Ich hoffe, die sehen uns nicht. Äh, warte mal. Verwenden. Erstmal eben die Chips. Kommt, komm, 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 komm. So. Kleiderschrank, durchsuchen wir mal. Vielleicht ist da ein Basey drin. Nein, aber Geld. Hui. Nachtisch. Im Nachtisch ist das schon Baseballschläger, oder? Nein. Oh, toll. Egal. Oder sind die aggressiver, weil wir alleine hier sind. Weil keine andere Spieler hier sind. Ich weiß es natürlich nicht, ne? Sollt hier weg. Hier ist viel zu viel los. Äh. Pff. Oh Gott. 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 Puuuuh. Huuhu. Genau, 30 Sekunden war, glaube ich, äh... Fahrstuhl, ne? Zeit. Wenn wir ihn gerufen haben. Wir sollten also... ...zusehen, dass wir dann... ...woher schon... ...woher schon, äh... ...los können. Ja, kein Baseballschläger. Verdammt. Jetzt bin ich ja jetzt fast gestorben, ne? So. Oh, verbannt. Oh, das können wir mal verwenden. Warte mal. 100%. Oder beziehungsweise, äh... ...wieder fast gefüllt. Fahrstuhl im Standort. Jaaaaa. Wo könnte man denn verdammt nochmal einen Baseballschläger herkriegen? Waffenladen vielleicht, ne? Ist noch ein Regal. Kühlschrank bestimmt nicht. Macht keinen Sinn. Gut, man weiß es nicht, ne? Oh. Verwenden. Energydrink. Was ist das hier? Glas Wodka. Glas Wodka bringt was? 400 Ausdauer. Minus 25 Sättigung. Minus 25 Gesundheit. Äh, minus 50 Gesundheit. Okay. Haben wir hier schon... Öh, was? Ah, die müssen wir ja auch noch, ne? Stimmt. Drei von fünf haben wir jetzt. Wir können ja sowieso nochmal in den Raid reingehen. Ist ja nicht so schlimm. Oh Gott. Da ist ein Kleiner drin. Warte mal. Lad mal ihm nach. Wo ist der hin? Vier von fünf? So. Wollen wir mal ein bisschen gucken, ob wir den Basie finden. Jetzt läuft es gerade ein bisschen gemütlicher. Kühlschrankregale. Glaube ich eher nicht. Nee. Wo versteckt man denn eigentlich einen Baseballschläger? Ich bin da gar nicht so im Bilde. So. Das Geld könnte man eigentlich nochmal einzahlen. Lala, 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 warte mal. Uh, das können wir heute verkaufen. Kann heute am Trödel verkauft werden. Dann nehmen wir das noch mit. Weil das so grün war. Wollte ich nochmal gucken. Okay. Und noch mehr Geld. Juhu. Okay. Ähm. Oh nein, da kommt einer. Kommt der hier lang? Ja, natürlich kommt der hier lang. Huah. Tschüss. Aua. Bin ausgetrickst. Bin zwar durch die Scheibe gesprungen, hab Schaden genommen, aber mir egal. Hab dadurch natürlich Schaden genommen. Aber ich will unbedingt hier Dings durchsuchen. Und wir sollten gleich mal gucken, dass wir Mülleimer, vielleicht da ein Basie. Hm. Bedorbenes Stück Kuchen. Bleh. Äh. Warte mal. Wo ist denn, wo sind wir denn da? Ja, wir müssen jetzt geradeaus zum Fahrstuhl, die Richtung. Würde mal düsen. Gut, 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 gut. So, warte. Äh, Map. Genau, hier unten ist der Fahrstuhl. Können wir hier nochmal ein bisschen suchen, weil wir sind in der Nähe vom Fahrstuhl. Das ist schon mal gut. Nochmal ein paar Kugeln. Nehmen wir mit. Ich glaube, Blut haben wir im Maßband. Das kann auch verkauft werden. Ach, krass. Das auch. Aber ich nehme erstmal das Grüne mit. So. Bin tatsächlich mal gewollt, das mit dem Controller zu spielen. Ob das sich anders anfühlt. Also, ob das irgendwie sich vielleicht doch besser spielt. Weil ich bin da nicht so sicher mit Maus und Tasse. Oh, ein Medipack. Leck mich fett. Scheiß hier drauf. Öh, was? Kommt der hier rein? Da waren noch Verbände, ne? Kann ich die verwenden? Ehrlich, da haben wir... Äh, gleich ist einer. Alter, habt ihr gesehen? Ich weiß nicht, wo der hinwollte. Ist mir auch egal. Medipack mit Kuhkümmer verwenden. Haben wir unten links am Bildschirmrand. Sieht man das? Da unten. Tatsächlich. Ganz cool. So. Ja, verdorben. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo wir denn herkriegen. Was ist das denn hier? Open? Scheint auch ein Laden zu sein. Der aber noch geschlossen hat. Wo wir wahrscheinlich noch jemanden kennenlernen müssen. Äh, oh, oh. Nein. Oh nein. Der Fahrstuhl. Oh, fuck. Ich hab ganz... Ich hab den Fahrstuhl ganz vergessen. Oh, oh, oh. Oh Gott. Das wird so schief gehen. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Dann gehen wir verschütt. Oh, scheiße. Oder wir sterben vorher. Oder wir sterben vorher. Oder wir sterben vorher. Das schaffen wir nicht. Das war so klar. Oh, shit. Oh, nein. Du hast den Fahrstuhl verpasst. Oh, shit. Oh, fuck. Bing. Hilfter Stock. Wildraumforschung. Das ist ja nicht so toll. Das heißt, wir haben auch keine Waffe mehr, ne? Super. Gut. Wir haben noch ne... Wir haben noch ne Schrotflinte. Da ist es toll. Ja. Äh. Ja. Aber wo fängt der jetzt an? Ist das ein neuer Tag? Es ist immer noch Tag. Okay. Sechs. Okay. Dann müssen wir nochmal los. Dann, äh... Ja, das ist ja nicht so gut gelaufen. Nein. Uh, sind ein paar Kugeln drin. Nehmen wir mit. Hallo, Alfred. Was hat eigentlich unsere Mission? Hatte die denn überhaupt übernommen, die Mission? Oder müssen wir die komplett von vorne anfangen? Nee, vier von fünf. Okay, alles klar. Ja, das ist ja scheiße. Oh, Mann. Die Zeit ging so schnell um. Ich hab da nicht drauf geachtet. Verdammt. Oh, das ist ärgerlich. Oh, Mann. Wie ärgerlich. Äh. Er ist Kugeln. Warte mal. Wie war der nochmal? Alt. Ah, hier. Ah, doch. Wir haben die Standardpistole. Haben wir. Die haben wir behalten auf jeden Fall. Okay. Dann brauch ich ja eigentlich Dings nicht mitnehmen. Das Gewehr. Dann kann ich das ja eigentlich wieder wegpacken. Eigentlich. Ja, da müssen wir jetzt nochmal los. Ach, Mann. Wie ärgerlich. Verdammt. Das doch. Äh. So war es aber auch. Huch. Ah, wie ärgerlich. Mann. 48% Kredit. Sind wir wahrscheinlich. Kreditwürdig. Steht oben links. Shit, 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 shit. Hallo, Alfred. Mit den Scheren hinten. Zwei Töpfe. Okay. Stimmt. Gab übrigens ein Update. Bei, äh, Hell as Others. Ähm. Es geht aber eher die Richtung, äh, Balancing. Was ich so. Entschuldigung. Was ich so gelesen habe. Also eher sowieso Balancing Update. War das. Ich glaube nichts gravierendes. Irgendwie was Neues hinzugefügt oder so. Oh, Mann. Wie ärgerlich das. Oh, Gott. Das ärgert mich ja dermaßen. Dass wir da so verkackt haben. Also man hat noch ein bisschen Zeit. Wenn ich Zeit habe, glaube ich. Es wird erst dunkel. Ja gut. Ich hoffe, wir machen es jetzt besser. Ich hoffe. Ich hoffe doch. Hinein in den Schlund. Der Hölle. Schwupps. Von der 10 auf die 0 in einer Sekunde. Das ist doch mal ein Fahrstuhl. So, also. Los geht's. Ich suche direkt mal los. Waren glaube ich auch wieder K... Ja, Mann. Haben wir abgeschlossen. Sehr schön. Und wir kriegen ein Herz. Fähigkeitsdemonstration war das gewesen. Die Mission. Die haben wir jetzt abgeschlossen. Sehr schön. Ich lade mal nach. Natürlich ist die Waffe nicht so gut wie die, die wir gefunden hatten. Nehmen wir noch. Das können wir verkaufen, ne? Nehmen wir mal ein bisschen was mit, was wir verkaufen können, ne? Aber wir brauchen halt immer noch den Baseballschläger. So viel steht schon mal fest. Oh, Geld. Ah ja. Das Geld ist auch futsch, ne? Gott sei Dank haben wir unser Geld auf die Bank gebracht. Zumindest das, was wir in der Tasche hatten von unserem Raid, wie wir reingegangen sind. So, Kugeln nehme ich auch mit. Geld nehmen wir auch mit. Aber Geld ist mir eigentlich relativ wumpe. Wir wollen eigentlich Baseballschläger oder können wir einen kaufen? Dann müsste ich mal gucken, ob wir vielleicht einen kaufen könnten. Das hat der doch bestimmt im Waffenladen, ne? Hier unten. Das heißt, ich müsste hier rechts runter, die Straße komplett runter bis zum nächsten Kreuz. Kreuzung und dann links. Ich probiere das mal. Warte mal. Wachsende Blumen? Ja. Oh. Einen Moment bitte. Äh, wie war nochmal? Er, ne? Dann nehme ich doch die Kugeln. Die sind doch besser. Wie komme ich denn hier raus? Wo ist denn hier der Ausgang? Hier, welcome. Äh. So, ich muss hier runter. Hier lang. Und dann muss ich hier rechts rum. Ciao. Ich gehe durch den Park. Oh nein, ich höre wieder was. Shit. Können wir mal mitnehmen, ne? Die Kugeln. Wenn wir schon einmal hier sind. Was ist das hier? Scheit. Holzscheit. Okay, Bewegungsgeschwindigkeit geht hoch. Belastbarkeit ist immer weniger und Geruchssinn ist weniger. Aber ich frage mich, was das bringt. Gut. Lad nach. So, na also. Geht doch. Jetzt bin ich wieder drin mit dem Ziel und mit dem Dings. Chance auf Blindheit. 15% Rückstoß plus 4. Was? Ne, lass ich mal liegen. So, jetzt mal eben schnell gucken, wo wir auf der Karte sind. Wir sind im Park, ne? Genau. Wir müssen jetzt hier unten auf der Ecke. müsste eigentlich der Waffenladen sein. Hier. Hoffe, er ist da drinnen. Unser Dude, den wir kennengelernt haben. Jo. Moin, Bill. Du, erzähl mir mal was Schönes. Sir. Die Waffen. Der Fahrstuhl wartet nicht. Sie brauchen schnell und leichte Waffen. Okay, 0 Credits ausgegeben. Stufe 1. Ah, okay. Krass. Schaden 100%. Schaden 220. Leck mich fett. Für 11.000. Boah, da müssen wir noch ein bisschen sparen. Okay, der hat aber kein... Crazy. Vielleicht in der Polizeistation? Aber wo ist die? Da oben links. Müsste hier die Richtung... Huah! Was war das denn für ein Symbol? Sag mal. Ein Herz nehme ich mit. Das lasse liegen. Die Polizeistation müsste hier oben irgendwo sein. Auf der linken Seite. Wir müssen auf jeden Fall auch ein bisschen die... Oh, eine Splittergranate? Really? Kann ich die ausrüsten? Äh, ich würde die gerne ausrüsten. Warte mal, ich gucke mal eben auf die Karte. Wo ist denn die Polizei? Die ist hier oben. Da, genau da oben. Ja, ja. Genau hier. Vielleicht finden wir ja da einen Baseballsch... Oh nein. Ich sollte los. Aber ganz schnell. Öh, was ist das denn? Nein! Boah! Pfff! Wie fies! Warum schieße ich da drauf? Warum gehe ich nicht erst weg? Eine Klaue. So, ähm... Ist hier was drin? Polizeiarchiv. Maßbahn ohne Glühbirne. Ja, toll. Kann ich nicht viel gebrauchen von... Geld. Ja, Geld nehme ich mit. Vielleicht kriegen wir das Geld sogar zusammen für die erste Waffe. 8000 war das, ne? Noch ein bisschen sparen. Oh, wir haben noch ein bisschen was auf Tasche, ne? Eine Trekmine. Könnte man theoretischerweise auch ein bisschen was abheben von unserer Bank und was dann kaufen. Alter! Alter! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh! Blatt nach! Oh Gott, der Große kommt gleich. Der soll abhauen hier, der eine. Gott, Alter. Wie fies. Springt der einen an? Ähm... Ach ja, das Medipack ist ja auch weg, ne? Ui, Handelswert. 4.224. Alter Schwede. Wir haben nichts zum Heilen, ne? Wir sollten irgendwie... Ach, hier sind Zellen. Im Klo vielleicht irgendwas versteckt? Baseball-Schläger? Vielleicht? Und da müssen wir erstmal gucken, wo der auch ist, ne? Irgendwo der Supermarkt. Klebstoff und Tinte. Wow! Alles das, was wir nicht gebrauchen können. Das haben wir schon durchsucht. Das haben wir auch schon durchsucht. Äh... Da unten sind noch Spinde. Da könnte vielleicht was sein. Polizei spinnt, ja. Schauen wir mal. Schlagring? Das sieht schon mal gut aus. Vielleicht finden wir hier ein Basie. Komisch mit dem Basie. Oh, was? Ne. Ach, hör doch auf. Kann ich die auch ausrüsten? Die Kugeln dafür? Nein, nein, nein. Äh... Mit R? Geht das damit auch? Oh ja, geil. Das ist ein Maschinengewehr, glaube ich, ne? Krass. Waffe verloren, aber direkt eine neue gekriegt. Das ist ja supi. Hat sich ja jetzt schon mal ein bisschen gelohnt. Ich würde mich jetzt gleich schon mal so ein bisschen auf den... Auf den Weg machen, zurück zum Fahrstuhl. Also ab drei Minuten würde ich, glaube ich, immer... Null Schaden? Wieso macht die null Schaden? 150 Schaden. Wie macht die eigentlich 10? Aber hä, das ist doch ne... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wieso macht die so wenig Schaden? So. Mal gucken, wo der Fahrstuhl ist. So, gleich sind wir durch mit der Spinde. Innen noch die Spinde. Oh ja, oh, 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 oh. Oh, hallo. Dafür lasse ich auch mal das liegen. Ja. Ab zum Fahrstuhl. Äh, der ist wo? Okay, die Straße komplett runter bis zum Ende. Eins, zwei, zweite, zweite, links, runter. Dann wollen wir mal. So, also eins. Kurz ausruhen. Ausdauer tanken. Oh, ich hoffe. Die Waffe ist eigentlich doch besser wie ne Pistole, oder? So, zwei. Und hier unten muss irgendwo der Fahrstuhl sein. Irgendwo hier in den Gebäuden. Sehen die mich eigentlich, wenn ich hier drin bin? Ah, hier unten ist direkt der Fahrstuhl. Direkt hier. Das trifft sich auch super. Dann würde ich jetzt auch direkt rausgehen, weil wir den Basie haben. Und in der nächsten Runde dann, ähm... Probieren... Den abzugeben. Nicht jetzt, weil wir einfach zu wenig... Leben haben. Kühlschrank. Ich würde mal gucken, ob wir vielleicht irgendwie hier... Achso. Stimmt. Das ist ja Stellum. Der ist ja hier. Oh, das sind noch Kugeln. Die nehme ich noch mit. Äh, 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 äh... Oder auch nicht. Obwohl die eigentlich besser sind, ne? Kann ich die nicht tauschen? Wieso kann ich die nicht ablegen? Oh nein, der Fahrstuhl ist gleich da, ne? Oh, der ist schon da. Uah. Hallo. Puh. Das ging doch mal gerade eben gut. Dum-da-dum. Dum-da-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Dum-da-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. So, wir werden mal wieder oben. Nach oben an wirklich loben. So, äh, handeln erstmal. Du möchtest Kugeln haben, ne? Oh nein. Jetzt habe ich die Kugeln weggeschmissen und die anderen nicht mitgenommen. Ich bin so ein Otto. Bin voll der Otto. Komm, Granate auf weg, brauche ich nicht. Ach, kauft er ja gar nicht an. Na, super. Dann sprechen wir mal mit ihm. Dein Partner war nichts Besonderes. Hier ist der Beweis. Wow. Du hast es geschafft. Jetzt. Und jetzt an muss ich dir wohl glauben. Ich habe mich in dir getäuscht. Um das wieder gut zu machen, gebe ich dir morgen eine Belohnung. Uh, ein rustikalen Nachttisch. Uh, das heißt, wir können mehr lagern. Oh, wie geil. Oh, da freue ich mich schon drauf. Das können wir gut gebrauchen. Ähm, ich würde mal eben Blut und so nutzen. Hier bei unserer Pflanze zum Beispiel. Geht das nicht? Büge Dünger hinzu, um die Kugeln zu modifizieren. Äh, Blut. Aktuelles Blut, aber kann ich das Blut nicht hier auffüllen? Gießen. Achso. Was Forscher entfernt? Nee, hier. Gießen. 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 So. Bestätigen. Okay, dann haben wir das. Dann haben wir da schon mal wieder ein bisschen Platz. In der Hand, mal gucken, ob ich die irgendwie mal rauslasse beim nächsten Mal. Äh, Geld packe ich da hin. Und. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge schauen wir mal, dass wir, ähm, dann den Baseballschläger abgeben. Und, ähm, ich freue mich auf das, was da kommt. Wir müssen uns auch ein bisschen heilen in der nächsten Runde. Das, äh, wird interessant. Und ich hoffe, dass das Gewehr, was wir gefunden haben, hier die Lady Butler, ob die doch vielleicht ein bisschen... Der macht 60, ich glaube, ich nehme doch lieber die Pistole beim nächsten Mal. Müssen wir mal gucken. Ich freue mich auf einer nächsten Folge hier bei, ähm, Helles Others. Und dann schaltet ihr wieder ein. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.